Willkommen zu einem neuen Tutorial. In diesem Video wirst du den Umgang mit dem Desktop-Framework Electron kennenlernen. Electron ist ein JavaScript-Framework, mit dem du mit Hilfe der Web-Technologien JavaScript, HTML und CSS plattformübergreifende Desktop-Anwendungen für Windows, macOS und Linux entwickeln kannst. Mit Electron hast du solche Cross-Plattform-Anwendungen in viel weniger Zeit und Code umgesetzt, als wenn du auf traditionelle Entwicklungen mit Java oder C-Sharp zurückgreifen würdest. Auch wenn du nur eine Desktop-Anwendung für nur ein Betriebssystem entwickeln möchtest, bist du mit Electron dank der leicht zu erlernenden und bekannten Websprachen viel schneller am Ziel. Außerdem kannst du durch die NPM-Integration auf eine riesige Auswahl an fertige Komponenten zurückgreifen und musst nicht immer alles gleich selbst neu programmieren. Einige bekannte, große Unternehmen haben ihre Anwendungen deshalb komplett mit Electron erstellt. Zum Beispiel die Desktop-Anwendungen von Slack, Twitch oder Facebook Messenger und viele mehr sind alle mit Electron erstellt worden. Okay, dann schauen wir uns mal an, was du benötigst, um selbst Electron-Desktop-Anwendungen zu programmieren. Die Voraussetzungen sind aber relativ niedrig. Neben Soft-Skills mit Grundlagenwissen in JavaScript, HTML und gegebenenfalls CSS benötigst du noch ein wenig Software. Genau genommen drei. Als erstes brauchst du Node.js. Node.js ist eine plattformübergreifende JavaScript-Laufzeitumgebung, die es uns ermöglicht, JavaScript-Code außerhalb eines Webbrowsers auszuführen. Das heißt, wir können hiermit JavaScript auf einem Server oder eben auf deinem Computer laufen lassen. Das zweite, was wir benötigen, ist NPM, der Node-Packet-Manager. Wie es schon vermuten lässt, ist NPM ein Paketmanager für die eben erwähnte Laufzeitumgebung Node.js. Das heißt, NPM ermöglicht es uns, zusätzliche fertige JavaScript-Pakete in unser Electron-Projekt hinzuzufügen. Das können zum Beispiel fertige Frontend-Bibliotheken für das Design sein oder eine Datenbank. Darüber hinaus gibt es noch tausende weitere Pakete. Außerdem nutzen wir NPM, um uns gleich unser Electron-Projekt aufzusetzen. Das Schöne ist, bei der Installation von Node.js ist NPM bereits enthalten. Also musst du hier an dieser Stelle zunächst einfach nur Node.js installieren. Klicke einfach auf den Link für dein Betriebssystem und lasse die Installation durchlaufen. Damit haben wir bereits zwei von drei Voraussetzungen abgehakt. Fehlt nur noch eine ordentliche Entwicklungsumgebung bzw. ein Code-Editor. Ich werde hier Whistle Studio Code benutzen, welchen ich dir auch wärmstens als Code-Editor für Web-Technologien empfehlen kann. Whistle Studio Code bringt alles, was wir brauchen, schon direkt standardmäßig mit. Außerdem ist Whistle Studio Code witzigerweise selbst in Electron entwickelt worden. Also genau das, was wir hier auch machen wollen. Die Installation geht ebenfalls wie von selbst. Klicke einfach auf Download und wähle die Option für dein Betriebssystem aus und lasse die Installation durchlaufen. Wenn du diese beiden Tools installiert hast, also Node.js und den VSC, dann sehen wir uns gleich im Code-Editor wieder. So, wir befinden uns in Whistle Studio Code. Wenn du den Code-Editor zum ersten Mal startest, musst du hier links vermutlich noch dein Workspace festlegen, in den du ab jetzt arbeiten möchtest. Danach kannst du dir hier, wie im Hintergrund gezeigt, das integrierte Terminal mit STRG-SHIFT-Apostroph öffnen. Das Terminal werden wir in einer Minute nutzen, um uns Electron einzurichten. Aber als erstes zeige ich dir noch kurz, wie Electron aufgebaut ist. Electron besteht immer aus einem Main-Prozess und mindestens einem bis mehreren Render-Prozessen. Der Main-Prozess enthält die JavaScript-Programmierlogik für das Backend, beziehungsweise die Anwendungsfunktionalitäten wie das Fenster, das Menü und vieles mehr. Der Main-Prozess basiert auf Node.js. Die Render-Prozesse stellen den Inhalt der Anwendung dar, also das Frontend, das der Benutzer zu sehen bekommt. Die Render-Prozesse basieren auf dem Webbrowser Chromium. Das heißt, jeder Render-Prozess stellt eine eigene Instanz von Chromium dar. Der Main-Prozess ist eine JavaScript-Datei. Die Render-Prozesse werden in HTML erstellt. Das ist zunächst der grobe theoretische Überblick einer jeden Elektron-Anwendung. Ein neues Elektron-Projekt, das wir nun aufsetzen werden, besteht neben mindestens einem Main-Prozess und dem Render-Prozess noch aus einer Package.json-Datei, die den Startpunkt einer jeden Anwendung definiert. Hier befinden sich Metainformationen über das Projekt. So, jetzt aber genug Theorie. Schauen wir uns das einmal in der Praxis an. Im Terminal öffne ich den eben festgelegten Workspace. Und dann legen wir uns zunächst einen neuen Projektordner mit dem Namen Elektron-App an. Make-Dir-Elektron-App Den Namen der Anwendung kannst du dir natürlich wählen, wie du möchtest. Danach öffnen wir uns den Ordner auch gleich mit Change-Directory, also CD-Elektron-App. Da Elektron ein Node.js-Projekt ist, muss dieses in dem Ordner zunächst initialisiert werden. Es wird damit quasi die eben erwähnte Package.json-Datei mit den Metainformationen angelegt. npm-init-y Wenn du dir nun den Editor aktualisierst und den neuen Projektordner öffnest, siehst du die neue Package.json-Datei, die die Projektinformationen enthält. Die Datei passen wir gleich noch etwas an. Doch vorher installieren wir uns nun Elektron. Mit npm-install save-dev-Elektron Nach der Installation wird die Package.json-Datei um Elektron ergänzt. Außerdem wurde uns im Projektverzeichnis ein neuer Ordner mit Node-Moduls angelegt, die die Kernfunktion für Elektron enthalten. Name, Version, Beschreibung der Anwendung usw. kannst du an dieser Stelle ändern, wenn du möchtest. Das ist aber auch nicht nötig. Was aber nötig ist, ist das Start-Skript, das für jede Anwendung angelegt werden muss. Und zwar unter Skript statt Test hier Start und Elektron-Punkt. Damit können wir die Anwendung mit dem Kommando npm-start im Terminal starten. Außerdem möchte ich den Startpunkt der Anwendung, also den Main-Prozess, auf die Datei main.js festlegen. Damit startet unsere Anwendung dann mit der Datei main.js, die wir uns als nächstes anlegen. Die Package.json ist hiermit erstmal fertig. Links im Projektordner willst du neue Datei, main.js. In der main.js wird nun der sogenannte Boilerplate-Code geladen, der das erste Anwendungsfenster starten soll. Das einfachste ist es, wenn du dir die jeweilige aktuelle Version aus der Elektron-Dokumentation aus dem Quickstart-Tutorial kopierst. Und diese dann in die main.js einfügst. Okay, was haben wir hier? Es wird Elektron und eine Fahrtvariable in die Anwendung geladen und im Wesentlichen ein Browser-Fenster mit den Maßen 800 mal 600 erstellt. Als Frontend soll der Inhalt aus der index.html-Datei geladen werden. Mit npm-start im Terminal wird nun das Start-Skript aus der Package.json-Datei ausgeführt, welches diese main.js-Datei startet. Und da haben wir schon unsere erste Anwendung. Ein leeres Fenster mit den gewünschten Maßen 800 mal 600. Der Inhalt des Fensters ist noch leer, da wir die index.html für das Frontend, also den Render-Prozess, noch gar nicht erstellt haben. Holen wir das also als nächstes noch nach. Aktuell ist die Elektron-Anwendung so eingestellt, dass die Node-Modules und JavaScript-Funktionen nur hier im Main-Prozess oder in der festgelegten preload.js-Datei ausgeführt werden können. Man müsste also alle JavaScript-Funktionen in der preload.js-Datei definieren und diese dann quasi als Brücke an das Frontend weiterleiten. Ich möchte dir hier aber eine Abkürzung bzw. eine leichtere und schnellere Variante zeigen, mit der du alle Funktionen auch direkt im Render-Prozess und damit im Frontend nutzen kannst. Statt der Zeile preload schreiben wir Node-Integration gleich true und Context-Isolation gleich false. Das erste bewirkt, dass die Node-Modules dann auch im Frontend nutzbar sind. Context-Isolation ermöglicht es uns, die Ausführung von dem JavaScript-Code in der gesamten Anwendung, also auch im Render-Prozess. Wie gesagt, man kann es auch über die Brücke der preload.js-Datei machen. Ich möchte dir hier einfach nur eine schnellere Variante zeigen, um ans Ziel zu kommen. Okay, dann legen wir uns jetzt aber die Index-HTML-Datei als Render-Prozess für das Frontend an. Neue Datei, Index.html. Um den Visual Studio Code schnell und einfach ein HTML-Grundgerüst zu erstellen, schreib einfach ein Ausrufezeichen und dann Enter. Fertig ist der HTML-Boider-Plate-Code. Hier im Frontend kannst du nun jeden beliebigen HTML-Code eingeben und ausführen lassen. Wenn du schon eine einfache Website hast, könntest du diese nun hier ganz einfach in einer Elektron-Desktop-Anwendung umbauen. Im Titel kannst du den Fenstertitel der Anwendung anpassen. Zum Beispiel Hello World. Einfache Webseiten-Funktion ist natürlich nicht alles. Darüber hinaus stehen dir die Elektron-APIs zur Verfügung. Mit den APIs bekommst du Zugriff auf betriebssystemspezifische Eigenschaften. Schauen wir uns das einmal in der Doku an. In der ersten Zeile steht der Name der API. Danach siehst du, ob diese im Main- oder im Render-Prozess verwendet werden kann. Beliebt ist zum Beispiel die Process-API, mit der du Systeminformationen über deinen Computer ausgeben lassen kannst. Mit Get-System-Version kannst du zum Beispiel das verwendete Betriebssystem herausfinden und dann gegebenenfalls gesonderte Funktionen freischalten oder abschalten. Schauen wir uns genau das Beispiel einmal an. In einer H1-Überschrift schreibe ich Betriebssystem. In H2 etwas kleiner führen wir dann die API-Anfrage im Skript aus. Document-Write gibt den Inhalt im Frontend aus. Und zwar das eben kopierte Process und Get-System-Version. Zur Erinnerung, dass wir das hier so direkt im Render-Prozess ausführen können, ist nur möglich, weil ich eben im Main-Prozess Node-Integration und Context-Isolation ergänzt habe. Okay, dann starten wir die Anwendung nochmal mit npm-Start. Wunderbar, wir haben das Hello World als Titel der Anwendung, dann Betriebssystem und meine Linux-Kernel-Version 5.4. Wenn du nun zum Beispiel Windows 10 benutzen würdest, würde deine Zeile hier vielleicht mit 10 beginnen. Für Windows 10. Sehr schön, damit hast du deine erste kleine Anwendung gebaut. Ich habe dir hier in diesem Video alle nötigen Grundlagen gezeigt, um deine erste Desktop-Anwendung zu erstellen. Hier im HTML-Frontend kannst du nun alles Mögliche einbauen, was auch auf einer Webseite im Browser laufen würde. Aber darüber hinaus hat Electron mit den APIs natürlich noch viel mehr zu bieten, was mit normalen Webseiten so nicht möglich wäre. Zum Beispiel kannst du auf das Betriebssystem zugreifen, eigene Menüs erstellen, auf das Dateisystem zugreifen, eine lokale Datenbank einrichten und noch vieles mehr. Die ganzen Funktionen von Electron würden diesen Rahmen des Videos hier natürlich sprengen. Wenn du nun mehr über die Funktionen von Electron erfahren möchtest, schau gerne einmal in meinem Electron-Kurs auf Udemy vorbei. Hier zeige ich dir in über 7 Stunden alles, was du wissen musst, um deine eigenen ersten Anwendungen von der ersten bis zur letzten Zeile selbst zu erstellen. Die ersten drei Videos sind frei verfügbar. Mit dem Link hier in der Beschreibung bekommst du den Kurs außerdem immer zum vergünstigsten Preis. Egal, was auf der Udemy-Website steht. Damit du eine Vorstellung bekommen kannst, was dich dort erwartet, zeige ich dir jetzt im Anschluss eine Zusammenfassung der Inhalte, die ich im Kurs erarbeiten werde. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg mit deinen Electron-Projekten. Das Electron-Framework erstelle deine eigenen plattformübergreifenden Desktop-Anwendungen für Windows, macOS und Linux. Du lernst eine Electron-Anwendung von der ersten Zeile bis zum fertigen Projekt kennen. Ich zeige dir die Erstellung von Menüs und Icons, die Integration von NPM-Paketen, die Nutzung der Electron-API, den Zugriff auf das Dateisystem und die Interprozesskommunikation. Alles, was du benötigst, ist Grundlagenwissen in JavaScript, HTML und etwas CSS. Du lernst, wie du mit HTML und CSS das Frontend erstellst, wie du zusätzliche JavaScript-Bibliotheken einbindest, wie du eine Datenbank integrierst, wie du externe APIs nutzen kannst, wie du deine Anwendung für verschiedene Zielsysteme exportierst und noch viele weitere Funktionen, die ich dir gleich im Lehrplan vorstelle.